Enttäuscht hat mich, dass die Regierung sich seit zwei Jahren keine Zentimeter bewegt. Auch auf das Musicaltheater zu. Ich habe als Kampfansage einen Kulturbereich empfunden, der eben nicht klassisch oder traditionell ist, sondern mehr im unterhaltenden Bereich, wo man null Verständnis hat, dass es tausende Leute gibt, die Kultur so geniessen möchten. Ist das so ein Kampfansage an die Gegner? Nein, eigentlich nicht. Eine Belegung, die nicht mehr stattfinden kann, ob sie auf Zürich ausweichen. Wir möchten eigentlich nicht das Musical oder die Szene kaputt machen. Das ist eigentlich schon nicht die Idee. Eine Belegung, die nicht mehr stattfinden kann, ob sie auf Zürich ausweichen. Auch wenn die Politik und die Bevölkerung dort kein Hallenbad wollen, möchten wir das Musicalbetrieb dort nicht weiterführen. So oder so. Ich verstanden Sie richtig? Sie wollen das Musicaltheater nicht mehr in diesem Gebäude haben, egal ob es dann am Schluss eine Kletterhalle, ein Hallenbad oder ein Einkaufszentrum wird? Ja, man kann es ein bisschen überspitzt sagen. Ist es das so, dass es an den Kampfansage an die Gegner gibt? Nein, eigentlich nicht. Eine Belegung, die nicht mehr stattfinden kann, ob sie auf Zürich ausweichen. wo die andere Sachen ausweichen, wo die andere Sachen ausweichen ist.